Moin Moin Athleten, heute mal was Peines, sieht bei mir wahrscheinlich nicht so schick aus, das können viele, viele besser, macht das mit euren Kiddies, bei denen sieht es bestimmt cool aus. Wir kombinieren heute Liegestütze mit so einer Art Breakdance Bewegung. Wie gesagt, die richtig coolen Profis werden mich da bestimmt berichtigen, darum geht es heute nicht, geht darum, dass wir ein bisschen Flexibilität reinbringen in die Geschichte und unsere Koordination schulen. Das heißt, ihr geht in den Liegestütz, führt den aus und dann geht ihr einmal hier um euch rum. Nächsten Liegestütz und dann wählt die andere Richtung. Und nächsten Liegestütz. Seid achtsam dabei, gerade wenn ihr die Hand drauf setzt, ansonsten kann man da nicht so viel falsch machen. Ihr merkt, da kommt ihr ein bisschen in die Dehnung rein. Guckt spielerisch 10-20 Durchgänge, so lange durchatmen wie ihr holt und das könnt ihr, wie gesagt, auch unendlich wiederholen. Probiert es mit euren Kitties zusammen, habt ihr echt Audi dran. Benutzt das, um ein bisschen Flexibilität reinzubringen. Bis gleich. Ciao. Bis dann. 跑